jetzt wird das klingt nicht umfangen ein erinnert man kann auch die im Teammitglieder töten ja also wenn jemand auf die Idee kommt dass seine Freunde zu schießen nicht gut ja jawoll mal schön gegen den Baum vorn genau so das Ziel in PlanetSite besteht eigentlich als seine Fraktion oh jetzt zu gewinnen es gibt drei Fraktionen Kula willst du weitermachen oder ne ich kann mich da nicht aus ja ok es gibt drei Fraktionen die das neue Klung Klung Kummerat das sind diese mit diesem weiten gelb blauen Symbol das sind die Leute die mit ordentlich Dampfhunder der Kohle losgehen dann die Terranische Republik das bin ich auch das sind die Leute die mit ja die halt eben Terraner hier Republik so sie wissen schon wir sind das Volk und sowas ne Leute vorgehen und dann gibt's noch die Warte mal ganz kurz noch kurz heilen hier was will ich auch nicht mehr hören du wirst du wirst doch nur Punkte haben du ja es ist Punkte geiler guck mal wie der hier drin hängt guck mal schnell wie hier hier drin hängt was ist mit dem los? ich weiß nicht dann schalte ich mir na los komm mit dem der braucht auf jeden Fall Hilfe egal komm warte geht's das ist 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 auch kein Plan wo wir hier lang wir fahren am besten mal zu sehen so also im prinzip wie sieht es eigentlich aus kann man gucken aber die stellung jetzt schon eingenommen haben hier ja das ist gut aus das ist das ist ja ja ich würde ich die stellung sieht das sieht schlecht aus ist ja das ist das ist ja gucken wo die alle hier gerade hinfahren ist er fand da okay ich steig ein naja der wusser tropikpunkt da Da, rechts. Alter! Heio! Ich werde hinterher schießen. Oh, ziehst du zurück. Oh, Junge. Kannst du mich? Warte, 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 warte. Nein! Ausstecken! Nein, 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 nicht ausstecken! Ich bin draußen, du! Heil mal, wenn du kannst! Bleib doch mal stehen! Wir waren leicht beschossen. Oh, Loh. Oh, Loh. Oh, Loh. Ja, ich weiß. Nein! Wenn man es dann doch mal geschafft hat, zu sterben, das wird euch ziemlich oft betreffen. Denk mal am Anfang. Um jetzt hier nicht irgendwie, ne? Naja, ja. Kann man verschiedene... Ja, ich werde lieber aufzureden. Kann man verschiedene... Wow, hier kommt ein paar... Wollen wir vor was? 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 Das ist halt eben... Hier so hochgehen. Und dann noch weiter hochgehen. Und dann kann man sich hier so an so einem Flugzeugschalter ein Flugzeug holen. Das, was ich mir jetzt immer mache, ein Liberator. So. Dann geht's mal auf zu Cola. The Race hat mich getötet. Okay, Cola spawn mal beim... bei The Crow. The Crow. Alles klar. 4 Sekunden. Und geh mal hoch. Und geh mal hoch. Ja, genau. Geh mal hoch. Geh mal ganz hoch an diesen... An diesen Schalter, wo du hochgehen kannst. Dann dieses... Funkel... Liche Ding. Du weißt, was ich meine? Ja. Nicht wirklich, ne. Weiß ich grad irgendwie nicht. Okay. Ja, dieses funkelige Ding. Oh, zum Beispiel... Äh... Ne. Hä? Ach, jetzt funkeliges Ding. Ne, das geht nicht. Ja, da bist du, da bist du, da bist du. Warte, warte, warte. Guck mal, guck mal über da, da bin ich. Hä? Ach, lol. Ich bin so ein Flugzeug, so Christoph. Ey, warum kann ich nicht runter? Ach so, jetzt. Wow, Junge. Was willst du? Spring ein. Kannst du mich heilen? Ach. Ich heil mir das Ding in der Zeit. Du bist geheilt. So, steck ein. So. Okay. Ey, das ist mal jemand drin. Ey, das ist mal jemand drin. Ja, ist doch egal. Genau, mit... Ey, das jemand ist... Da oben sind sie... Woh, nein, nicht drehen. Äh, man kann auch noch mit der Bild runtertaste dann... Nehmen wir das jetzt ein oder nicht. Ich weiß nicht. Nehmen wir überhaupt so. Und was... Und was... Ich bin ausgestiegen. Entsteiger. Ja, na, soviel, dass du hier... Fallschirm hast, ne. Bin grad gestorben. Ja, na, da hast du keinen Truppweg... Äh, kein... Ohlo. Vor uns hast du aber gesagt, du hörst immer ein... Ja, bei Galaxy. War das die Galaxy? Bei Galaxy hat man immer einen Falsch. Ohlo. Okay, warte, ich kann mich auch hoch. Landnahmere oder sowas. Ja, du bist auf der völlig falschen Seite. Aber das ist kein Problem. Ja, komm rüber. Ja, komm rüber. Ohlo. 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 Hä? Wo bist du denn? Digga. Hahahaha. 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 Da bist du... Hey, was denn mit dir? Verdienstabzeichen. Hahahaha. 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 Mensch, Digga. Ey, warst du schon eingesammelt? Hä? Bitte einsteigen. Kann man das heil? Ja, ich kann ich heil dich kurz. Okay. Okay. Hier haben wir jetzt momentan gerade das Problemchen, dass der Punkt A irgendwie von Bösem übernommen wird. Oh, jetzt ist gar nicht noch mal dran. Was ist denn das denn schon? Naja, ich bin gleich jetzt dran. Fein. Mag ich jetzt, ich gehe jetzt hier wieder hoch und dann... Nö. in eine unermessliche Höhe und dann mache ich mal kurz die Karte und dann können wir mal gucken, wo wir jetzt hinfahren als nächstes. Ich würde ja eigentlich hier so richtig doll bevorzugen. Ich glaube da ist ein Gegner. Ja. Ähm, ich sehe irgendwie richtig schlecht, weil ich guck so übelst nach unten. Du kannst auch die Position wechseln? Naja, aber bei der 3 ist ja auch ein bisschen schlecht, ich muss noch den Punkt klicken und selbst. Ahhhh. Fliegst du, oder? Ja, ich will mich jetzt irgendwie hier so aufhalten, so. Oh, hier sind ein Gegner. Wo denn? Genau. Unter uns. Oh. Jawohl. Und ich habe es noch gesagt. Genau. Unter uns den Gegner. Okay, warte. Wir spawnen am besten... Am Sammler. An welchen denn? Ja. Seit der 119 Meter weit weg ist. Bei mir so 120, 122 Meter weit weg, aber egal. Also daran liegen, dass du ein paar Meter vorne im Cockpit saß, oder? Stimmt. Genau so sieht ein Thunderer aus, der hier gerade sich festgefangen hat. Ist das irgendwie so ein Multi... Ne mobilisiert wo gerade nicht, oder? Mobilisiert hier. Doch, das heißt... Achso, ne. Ja, der steht ja gerade. Ja, ja, ich merke. Egal, ich mag... Okay, man kann es jetzt auch so einer schweren Max-Anhalt machen. So, wie Cola jetzt bestimmt auch gemacht hat, und ich... Was? Ne, was? Aha. Schwere Max-Anhalt. So, wo so? Und dann einfach hier so vorwatscheln. Guckst du... Ne, warte mal auf mich. Ne, komm, wir gehen mal außen rum. Drück mal F, dann bist du ganz schnell. F? Ne, irgendwie nicht. Ey, warte doch mal auf mich. Was? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Wo ist der Verein?